Und da sind wir dann wieder am Anfang. Am Ende vom letzten Video, besser gesagt. Schön vorsichtig. Wir wollten ja nicht runterfallen. Ich finde die Stimmung hier sehr gut. Also so die Atmosphäre. Das ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Da kann ich dann wieder zurück. Okay. Ich könnte mich hier wieder verwandeln. Äh, verwandeln. Ich könnte hier wieder in die andere Dimension. Das Spiel will mir auch verklickern, dass ich direkt wieder in die andere Dimension soll. Oh, kurzer Leck. Oh, kurzer Leck. Oh, kurzer Leck. So empty. You keep me full. You keep warm. You're... So nice. It's like a glove. Just let me try one. Let me eat you up. It won't hurt. Good morning, baby. I'll eat you up. Just like the others. Oh, my little friends. No more tea parties. She's alone. All alone. Ah. Zu meiner Verteidigung. Ich dachte, er läuft nach vorne und macht diese Schränke da kaputt. War wohl nicht der Fall. War wohl nicht der Fall. War wohl nicht der Fall. You keep me full. You're... Sonne. Es ist wie ein Blatt. Ich werde mich versuchen. Ich will dich auf. Ich will dich. Ich sehe ihn leider nicht, wo die Gucke gerade. Sie ist mir. Sie wollen sie. Keine Angst. Wir werden uns bald wiederholen. In mir. In mir. Vom Sound ist es echt gut gemacht, muss ich mal sagen. Oh. Sie war eine Ballerina? Diese Gucke hat einen Mann geschrieben, in großartige Sprache. Sie war eine Bedeutung. Was Vivian eine von deinen Stars? Okay, letzte eine. Ich kann gar nicht fühlen meine Brüche. Ich bin nur auf der Bedeutung. Ich bin nur auf der Bedeutung. Ich bin nur auf der Bedeutung. Ich muss sich alleine sein. Ich bin nur auf der Bedeutung. Oh. Vivian? Nur Vivian? Nur Vivian? Wahrscheinlich nur ein Lernenspiel. Der Artikel, die früher wusste als Vivian. Da. Das ist ihre Zimmer. Einfach... Oops sorry Ah man, sorry Okay, let's find out who you really were, Vivian Hmm, a page was torn out I can't make out the numbers Hmm I guess one of these names belongs to your true self But which one is it? I still don't know her real name Just words Sounds without meaning Oh, don't Partial numbers One of these Yeah, das war nur ein Satz Ich bin etwas Hebelig gerade There A bunch of numbers, some would say But I sensed, there was a lot more to them Oh my God, Ellie I thought you were No, no, I'm I'm really happy to hear from you Why didn't you call sooner? Ist richtig Dem kann ich nur zustimmen Na, verdammter Mist Und wir schleischen Annen der Kante Zu der Ollen Tante Ja, scheiß auf das Mussel, dass sie rumwandert. Stimmt. Es ist okay. Du kannst jetzt frei sein. Jetzt, Tori. Danke. Danke. Okay, eine nach unten, eine nach unten. Better get to it. Ich weiß zwar noch nicht, warum ich das mache, aber das Spiel wird schon einen Grund dafür haben. Moment. Typische Methode. Ich soll da hoch... Also gucken wir erstmal hier, weil da liegt schon mal die nächste Zeichnung. Dunkel. Ja, ein bisschen dunkel. Na! Jetzt könntest du von der Seite nicht die Treppe hochlaufen. Nein! Was hast du... Stopp! Ah! Ah! Ehrlich? So einfach? Das wird nicht gut laufen. Das ist... Nein. Nope, nope, nope. Ich trau dem Frieden nicht. Das ist es. Das ist, wo er sterb. Okay. Okay. Ich sehe seinen Namen. Wenn ich nur den anderen Seite dieses Platz sehe. So viele Gebeine und Körperteile. So viele Teile. Some sort of a conference room. Ich muss gehen. Die Vögel ist erst zu starten. Du weißt, was sie sagen. Wenn du früh bist, dann bist du auf der Zeit. Nein, ich meine jetzt. Ich kann sie hören, wie sie auf der Halle. Ja. Ja. Ich werde dir wissen, wie es ging. Ups. Da ging mein Handy an. Das ist der Mann. Das tut mir leid. Da wollte ich kurz was nachgucken. Vergib mir! Kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Gut. Dann ist ja jetzt so wieder das Monster dran. Okay. Wo ist denn hier die Lücke? Ging sie nicht rein? Bin ich woanders? Oh. Ich dachte, wir wären jetzt da wieder. Wo der Bolzenschneider ist. Okay. Schwab. Ich f engineered ran. Ichiu mir einen Sch можемaluANns- Ja. Hier hast du gut gefl minced. Ja. Hilf! Es gibt Drogen vom ganzen auch. Mhm. Boris ist die Nummer 9 und er hat gesagt gegenüber von Boris. Das heißt, gegenüber von der 9, wo war die Nummer 9, weil hier war, war die hier? Ja. Das heißt, die Nummer 4. Und die Nummer 4 ist Ofcharek Niklas. Jetzt muss ich nochmal kurz zurück. Nicht, dass ich eine Info verpasst hab. Okay. Dann ist unsere Information, dass es die Nummer 4 ist. Und ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ah! Ich geh mal davon aus, wir müssen das dann auswählen. Boris ist anwesend und die Nummer 4 ist gegenüber. Niklas. Niklas. Niklas Flamel. Niklas Flamel ist derjenige, der Gegenüber saß. Niklas Flamel. Kurz zurück teleportieren. So. Ich bin der Meinung, ich bin mir sicher, ich hab was übersehen. Das wäre ja sonst so simpel. Ich hab anscheinend irgendwas übersehen. Sie muss wirklich sagen, hey, es ist Niklas Flamel. Klasse. Ich dachte, es kommt so ein Außerfenster, wo ich dann die neuen Namen dazu stehen habe und ich muss mir den aussuchen. Dann gehen wir nochmal dahin. Was haben wir übersehen? Wir haben die Info. Das ist die Nummer 9. Wir haben die Info, dass er gegenüber sitzt. Sonst ist hier nichts. Das ist der Platz gegenüber von Boris. Boris kriegt die Nummer 9. Und wir haben den Namen. Was soll ich noch machen, Spiel? Ach, wirklich? Ach, wirklich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Im Kindergarten. Jetzt gehen wir nochmal dahin. Und sagen, hey, Nummer 4 ist das. Nichts, Niklas? Okay, Nick. Okay, Nick. Wir fahren uns hier. Du siehst mich nicht. Du siehst mich so nahe, sehr nahe, sehr nahe. Kannst du mir sagen, wo eine beginnt? Und wo die anderen Reden sind? Es ist immer in mir. Er hat mich gesehen. Ich glaube, er hat mich gesehen. Unfair. Einfach nur unfair. Muss ich jetzt nochmal bestätigen? Gut, müssen wir nicht. Gut. 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 Musik Die Welt beginnt. Oh, ist das in? Getricksed? Einfach verkriechen. War ja voll easy. War ja voll easy. Time for you to get some rest. You've earned it, Nicholas. Thank you, madam. You did it, Marianne. Sent them away, to a better place, I hope. Ich weiß gar nicht, was er für ein Problem hat. Hm, ich dachte, ich kann es manifestieren. Ich bin Krankenschwester, kein Kindermädchen. Ich verstehe, dass er jemanden braucht, der auf sie aufpasst, aber ich habe schon so alle Hände voll zu tun. Selbst wenn ich all meine anderen Pflichten vernachlässige, ist da immer noch der arme Mr. Tarkowski, um den ich mich kümmern muss. Ich versuche trotzdem, mein Bestes zu geben. Zumindest ist das Mädchen ruhig und zieht sich zurück. Sie redet gerne mit ihren ehemaligen Freunden, aber das ist für jemanden in ihrem Alter wohl ganz normal. Manchmal höre ich, wie sie ganze Gespräche führt und ich könnte schwören, dass es sich anhört, als würden sich zwei Menschen unterhalten. Sie ist wirklich begabt. Ich schätze, das liegt in der Familie. Jawohl, ich habe einen Erfolg. Ich habe einen Erfolg. Es ist halt eine Nurse. Die Nurse. Alle verrückt. Alle verrückt, sage ich dir. Jetzt bin ich neugierig, was habe ich denn jetzt für ein Erfolg. Es war, wo es sich erst zu töten hat. Wo es tot war. Und es lief. Mein armer, armer Mr. Tarkowski, was ist nun mit dir geschehen? Die Testergebnisse sind da und es gibt keine Anzeichen von Höhentrauma oder Demenz. Und trotzdem. Wenn ich in deine leeren, traurigen Augen schaue, dann habe ich dieses furchtbare Gefühl, es würde niemand den Blick erwidern. Keine Sorge, mein Lieber. Ich kümmere mich um dich, egal was geschieht. Ich sorge dafür, dass du so glücklich wie möglich bist. 450 Milligramm Venlafaxin. Dann geht es dir gleich besser. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder hier diese Einsicht aktiviere. Ich möchte sehen, wenn hier irgendwo ein Bild ist oder sonst was, was ich dann halt wieder finden könnte. Und das findet sich meiner Meinung nach besser, wenn ich das Ding aktiviere. Alles klar, noch ein Erfolg. Alles klar. Sie wird wahnsinnig. Ganz offensichtlich geht es da durch. Und ganz offensichtlich liegt hier nichts. Also, ups. Gehen wir auch hier durch. Das Bild kennen wir. Oh, ah, okay. Hier sind wir. Musst du mich kurz wieder orientieren. All right. Here we go. Oh, ah, okay. Oh, ah. Vielen Dank.